Hallo liebe Zuschauer. In diesem Video lernen wir gemeinsam, wie man einen guten Forumsbeitrag schreiben kann. Wir haben zu einem Thema drei unterschiedliche Forumsbeiträge geschrieben und die Redemittel sind mit der roten Farbe markiert. Also vergleichen Sie die drei Texte miteinander. Es gibt positive Meinung und auch negative Mitteilung. Also los! Forumsbeitrag Thema Yoga und Fitnesskurse Ihre Firma bietet mittwochs in der Mittagspause Yoga und Fitnesskurse für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Dies sollen in Rahmen von Einsparungsmaßnahmen gestrichen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ich finde es sehr schade, dass unsere Firma plant, die Yoga- und Fitnesskurse während der Mittagspause einzustellen. Diese Kurse sind nicht nur eine großartige Möglichkeit, um körperlich fit zu bleiben, sondern auch um Stress abzubauen und das Wohlbefinden zu steigern. Gerade in einer stressigen Arbeitsumgebung wie unserer sind solche Pausen für die Gesundheit und Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von großer Bedeutung. Durch die Kurse können wir uns erfrischen und gestärkt in den Nachmittag starten. Außerdem fördern sie den Teamgeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl im Unternehmen. Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam eine Lösung finden können, um diese wertvollen Kurse beizubehalten. Mit freundlichen Grüßen Anna Fischer Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ich verstehe die Gründe für die geplanten Einsparungsmaßnahmen, aber ich bin gegen die Streichung der Yoga- und Fitnesskurse während der Mittagspause. Diese Kurse sind nicht nur gut für die körperliche Gesundheit, sondern auch für das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie bieten eine willkommene Abwechslung zum Arbeitsalltag und helfen dabei, Stress abzubauen. Außerdem können sie dazu beitragen, Krankheitstage zu reduzieren, da regelmäßige Bewegung und Entspannung das Immunsystem stärken. Ich denke, dass die Vorteile dieser Kurse die Kosten überwiegen und dass es lohnend wäre, alternative Möglichkeiten zur Kosteneinsparung zu finden, ohne diese wertvollen Angebote zu streichen. Mit freundlichen Grüßen Max Schmid Liebe Kolleginnen und Kollegen, die geplante Streichung der Yoga- und Fitnesskurse während der Mittagspause ist eine schwierige Entscheidung, über die wir diskutieren sollten. Einerseits verstehe ich die Notwendigkeit von Einsparungsmaßnahmen, insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Andererseits bin ich besorgt über die Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Kurse haben sich als wertvolle Ressource erwiesen, um Stress abzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Vielleicht könnten wir alternative Lösungen in Betracht ziehen, wie zum Beispiel die Reduzierung der Kursfrequenz oder die Einrichtung von kostengünstigeren Alternativen. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam nach einer Lösung suchen, die die Interessen aller berücksichtigt. Mit freundlichen Grüßen, Lisa Meier Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Firma sollen abwechselnd Putzdienst in den Pausenräumen übernehmen. Die nötigen Materialien werden zur Verfügung gestellt. Ich finde die Idee, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abwechselnd den Putzdienst in den Pausenräumen übernehmen, sehr sinnvoll. Saubere und ordentliche Pausenräume tragen zu einem angenehmen Arbeitsumfeld bei und fördern das Wohlbefinden aller. Indem jeder von uns seinen Beitrag leistet, können wir sicherstellen, dass die Räume regelmäßig gereinigt werden und für alle hygienisch sind. Außerdem stärkt diese Maßnahme den Teamgeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl im Unternehmen, da wir gemeinsam Verantwortung für unsere Arbeitsumgebung übernehmen. Die zur Verfügung gestellten Materialien machen es uns leicht, den Putzdienst effizient und gründlich zu erledigen. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch diese gemeinsame Anstrengung ein sauberes und angenehmes Arbeitsumfeld für uns alle schaffen können. Mit freundlichen Grüßen Anna Fischer Liebe Kolleginnen und Kollegen Ich bin gegen die Idee, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abwechselnd den Putzdienst in den Pausenräumen übernehmen sollen. Es ist zwar wichtig, dass unsere Arbeitsumgebung sauber und ordentlich ist, aber ich denke, dass es besser wäre, professionelle Reinigungskräfte damit zu beauftragen. Diese haben das nötige Fachwissen und die Erfahrung, um die Räume gründlich zu reinigen, während wir uns auf unsere eigentliche Arbeit konzentrieren können. Außerdem könnte die Aufgabe des Putzdienstes zu Konflikten und Unzufriedenheit unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen, insbesondere wenn einige sich benachteiligt fühlen oder die Aufgabe als lästig empfinden. Ich denke, dass es sinnvoller wäre, externe Reinigungskräfte zu engagieren, um sicherzustellen, dass die Pausenräume immer sauber und gepflegt sind. Mit freundlichen Grüßen Max Schmid Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Idee, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abwechselnd den Putzdienst in den Pausenräumen übernehmen, hat sowohl Vor- als auch Nachteile, über die wir diskutieren sollten. Einerseits kann es dazu beitragen, dass die Räume regelmäßig gereinigt werden und somit zu einem angenehmen Arbeitsumfeld beitragen. Andererseits könnte die Aufgabe des Putzdienstes zu Unzufriedenheit und Konflikten führen, insbesondere wenn einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Aufgabe als unfair oder belastend empfinden. Vielleicht könnten wir alternative Lösungen in Betracht ziehen, wie zum Beispiel die Einstellung von professionellen Reinigungskräften oder die Einführung eines Rotationsplans, der die Aufgabe gerecht verteilt. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam nach einer Lösung suchen, die für alle akzeptabel ist und dazu beiträgt, ein sauberes Arbeitsumfeld zu schaffen. Mit freundlichen Grüßen, Lisa Meier Forumsbeitrag Thema Ergonomische Stühle Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Firma sollen abwechselnd Putzdienst in den Pausenräumen übernehmen. Die nötigen Materialien werden zur Verfügung gestellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen Ich begrüße die Initiative der Geschäftsführung, neue ergonomische Stühle anzuschaffen, um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Ergonomische Stühle können dazu beitragen, Rückenprobleme zu verhindern und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu schaffen. Ergonomische Stühle Indem die Geschäftsführung diese Investition tätigt, zeigt sie ihr Engagement für das Wohlergehen der Belegschaft. Es ist vernünftig, dass die Stühle zunächst denjenigen zur Verfügung stehen, die bereits Rückenprobleme haben und ärztliche Bescheinigungen vorlegen können. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ressourcen dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden. Ich bin zuversichtlich, dass die neuen Stühle dazu beitragen werden, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Mit freundlichen Grüßen Anna Fischer Liebe Kolleginnen und Kollegen Obwohl die Absicht der Geschäftsführung lobenswert ist, neue ergonomische Stühle anzuschaffen, bin ich gegen die Einschränkung des Anspruchs auf diese Stühle nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit bereits bestehenden Rückenproblemen. Ergonomische Stühle sollten allen zur Verfügung stehen, unabhängig von ihrem Gesundheitszustand. Die Prävention von Rückenproblemen sollte im Vordergrund stehen, und die Bereitstellung von ergonomischen Arbeitsplätzen kann dazu beitragen, zukünftige gesundheitliche Probleme zu verhindern. Außerdem kann die Einschränkung des Zugangs zu ergonomischen Stühlen zu Unzufriedenheit und Spannungen unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen. Es wäre fairer und effektiver, wenn die Geschäftsführung alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt, indem sie ergonomische Stühle für alle zur Verfügung stellt. Mit freundlichen Grüßen Max Schmid Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Entscheidung der Geschäftsführung, ergonomische Stühle anzuschaffen, um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, ist eine zweischneidige Angelegenheit, über die wir diskutieren sollten. Einerseits ist es lobenswert, dass die Geschäftsführung Maßnahmen ergreift, um das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern. Andererseits könnte die Einschränkung des Zugangs zu den ergonomischen Stühlen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit bereits bestehenden Rückenproblemen zu Unzufriedenheit führen. Vielleicht könnten wir eine Lösung finden, die sowohl diejenigen unterstützt, die bereits Rückenprobleme haben, als auch diejenigen, die präventiv handeln möchten, um zukünftige Gesundheitsprobleme zu vermeiden. Dies könnte beispielsweise durch die Bereitstellung von ergonomischen Stühlen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgen, während gleichzeitig Schulungen zur richtigen Nutzung und Einstellung angeboten werden, um maximale Wirksamkeit zu gewährleisten. Mit freundlichen Grüßen Lisa Meier Forumsbeitrag Thema Ein großer Drucker pro Etage statt vieler kleiner Drucker In ihrer Firma sollen alle Drucker in den Büros abgeschafft werden, stattdessen soll es pro Etage einen großen Drucker auf den Flur geben, den man zum Ausdrucken benutzen soll. Liebe Kolleginnen und Kollegen Die Idee, alle Drucker in den Büros abzuschaffen und stattdessen pro Etage einen großen Drucker auf den Flur zu stellen, finde ich äußerst sinnvoll. Durch diese Maßnahme können wir nicht nur Platz sparen, sondern auch Ressourcen schonen und die Umweltbelastung reduzieren. Ein zentraler Drucker pro Etage fördert zudem die Teamarbeit und den Austausch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir könnten uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam dafür sorgen, dass der Drucker ordnungsgemäß funktioniert und Papier sowie Tinte rechtzeitig nachgefüllt werden. Darüber hinaus könnte die zentrale Platzierung des Druckers auf dem Flur dazu beitragen, dass wir uns öfter bewegen und kurze Pausen einlegen, was wiederum unserer Gesundheit zugute kommen könnte. Ich bin zuversichtlich, dass diese Umstellung nicht nur effizienter ist, sondern auch zu einem besseren Arbeitsumfeld beiträgt. Mit freundlichen Grüßen Anna Fischer Liebe Kolleginnen und Kollegen Ich habe Bedenken gegenüber dem Vorschlag, alle Drucker in den Büros abzuschaffen und stattdessen pro Etage einen großen Drucker auf den Flur zu stellen. Dies könnte zu Unannehmlichkeiten führen, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglicherweise längere Wege zurücklegen müssen, um ihre Dokumente auszudrucken. Außerdem könnte es zu Engpässen und Wartezeiten kommen, insbesondere wenn mehrere Personen gleichzeitig den Drucker nutzen möchten. Die zentrale Platzierung des Druckers auf dem Flur könnte außerdem zu Lärmbelästigungen führen und die Konzentration derjenigen beeinträchtigen, die in der Nähe arbeiten. Ich denke, es wäre sinnvoller, die Anzahl der Drucker in den Büros zu reduzieren, aber dennoch einige Geräte in strategisch günstigen Bereichen zu belassen, um die Effizienz zu gewährleisten. Mit freundlichen Grüßen Max Schmid Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Entscheidung, alle Drucker in den Büros abzuschaffen und stattdessen pro Etage einen großen Drucker auf den Flur zu stellen, hat Vor- und Nachteile, über die wir diskutieren sollten. Einerseits kann diese Maßnahme Platz sparen, Ressourcen schonen und die Teamarbeit fördern. Andererseits könnte sie zu Unannehmlichkeiten führen, wie längeren Wegen, Engpässen und Lärmbelästigungen. Vielleicht könnten wir eine Lösung finden, die das Beste aus beiden Welten vereint, wie zum Beispiel die Beibehaltung einiger Drucker in den Büros für bestimmte Abteilungen oder Teams, während gleichzeitig zentrale Drucker auf den Fluren für allgemeine Zwecke zur Verfügung stehen. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam nach einer Lösung suchen, die die Bedürfnisse aller berücksichtigt und die Effizienz am Arbeitsplatz verbessert. Mit freundlichen Grüßen Lisa Meier Liebe Kolleginnen und Kollegen Ich unterstütze die Entscheidung unserer Firma, die private Handynutzung während der Arbeitszeit zu beschränken. Handys können zu Ablenkungen führen und die Produktivität beeinträchtigen. Indem wir die private Nutzung einschränken, können wir sicherstellen, dass wir uns voll und ganz auf unsere Aufgaben konzentrieren und effizient arbeiten. Außerdem kann die private Handynutzung während der Arbeit zu Sicherheitsrisiken führen, insbesondere in bestimmten Arbeitsumgebungen, in denen Konzentration und Aufmerksamkeit erforderlich sind. Natürlich können Diensthandys weiterhin genutzt werden, aber nur mit Erlaubnis für private Zwecke. Ich bin überzeugt, dass diese Maßnahme dazu beitragen wird, die Arbeitsleistung zu verbessern und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen. Mit freundlichen Grüßen Anna Fischer Liebe Kolleginnen und Kollegen Ich bin gegen die Einschränkung der privaten Handynutzung während der Arbeit. In einigen Fällen kann die private Nutzung des Handys während der Arbeitszeit notwendig sein, um wichtige Angelegenheiten zu klären oder dringende Nachrichten zu beantworten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten das Vertrauen erhalten, verantwortungsvoll mit ihren Handys umzugehen, ohne dass es die Arbeitsleistung beeinträchtigt. Außerdem können Handys auch als Hilfsmittel dienen, um schnell Informationen zu recherchieren oder Termine zu koordinieren. Eine pauschale Beschränkung der privaten Handynutzung könnte zu Unzufriedenheit unter den Mitarbeitenden führen und das Betriebsklima negativ beeinflussen. Stattdessen sollten klare Richtlinien und Erwartungen bezüglich der Handynutzung während der Arbeit festgelegt werden, um Missbrauch zu vermeiden, ohne die Privatsphäre der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beeinträchtigen. Mit freundlichen Grüßen Max Schmid Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Entscheidung, die private Handynutzung während der Arbeit einzuschränken, ist eine kontroverse Angelegenheit, über die wir diskutieren sollten. Einerseits kann eine Beschränkung der Handynutzung dazu beitragen, Ablenkungen zu minimieren und die Produktivität zu steigern. Andererseits könnte sie als Einschränkung der persönlichen Freiheit wahrgenommen werden und das Vertrauen zwischen den Mitarbeitenden und der Geschäftsführung beeinträchtigen. Vielleicht könnten wir eine Lösung finden, die beide Seiten berücksichtigt, wie zum Beispiel die Festlegung klarer Richtlinien für die private Handynutzung während der Arbeitszeit oder die Einführung von Zeiten, in denen die Handynutzung erlaubt ist, um die Produktivität zu gewährleisten und gleichzeitig den Mitarbeitenden Flexibilität zu bieten. Mit freundlichen Grüßen, Lisa Meier Mit freundlichen Grüßen, Lisa Meier